Das Gebäude hier, ich weiß nicht, es sieht genau aus, ich gucke es nicht genau aus. Aber es ist auch schön, dass es hier ist. Hier stehen wir direkt davor, ich kann es sehen. Ja, wir müssen noch ein bisschen warten, bis es jetzt schon mal da ist. Vielleicht seht ihr jetzt mal wieder kurz recht, aber ihr seht, dass es nicht mehr werden. Ja, insofern machen wir jetzt die Kamera laut. Ich werde euch den Kommentar jetzt dann ausschalten. Ihr werdet schon ein bisschen schauen können, natürlich. Wir sind jetzt am Vorderfahre da rüber. Und jetzt geht es mit der Kamera rein. Ich bin jetzt hier, ich bin jetzt das Video. Ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier. Ich glaube, ich hab's jetzt hier, ich bin jetzt hier. Und das haben wir heute gesehen. Das ist das Thema Schatten. Einer und alle, die ihr kennt und ihr seht, von der Abenauer-Umpfergut ist und starten die Anstatt. Ich mach' den Fall, die Kamera laut. Und selber gehe ich nach Hause. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.